Hallo zusammen, hier ist wieder Heuteland, heute wieder für euch in The War we find unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video aus der Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren und dazu bin ich diesmal auf meinem Twink, dem Hexenmeister. Diesmal habe ich tatsächlich schon alles an Gold ausgegeben, ich werde euch jetzt mal zeigen, was wir uns alles geholt haben. Ich habe nämlich eine beträchtliche Summe an Gold investiert, könnte man sagen, um folgendes Achievement mitzuholen. Algarischer Meister aller Klassen erlangt die maximale Anzahl Fertigungspunkte in allen Hauptberufen von Kass Algar. Ich habe auch sogar die Nebenberufe gemacht, aber das kommt jetzt hier in das Achievement nicht mit rein. Was müssen wir dafür machen? Naja, wir müssen, wie es schon drin steht, einfach die kompletten Berufe, alle hochskillen. Es ist jetzt noch ganz am Anfang der Expansion, die erste Woche der Season, da habe ich das jetzt fertig gemacht und ja, ich sage mal so, die Matze nicht gerade günstig und dementsprechend war das alles ein bisschen teurer. Und was ich jetzt, wie viel ich jetzt für jeden Beruf ausgegeben habe, das will ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar habe ich da wieder eine schicke Tabelle eingelegt. Ich habe das jetzt auch schon ein bisschen vergrößert, ich hoffe es blendet jetzt nicht zu arg rein. Und zwar habe ich ausgegeben für Angeln 0 Gold. Gut, ich sage mal so, da könnte man sich auch so einen Faden holen, den habe ich aber noch nicht gekauft, aber das habe ich schon auf Max gemacht. Ich glaube bei Angeln ist es sogar 300, nicht 100, aber egal. Also Angeln habe ich auf jeden Fall auch gemaxed. Dann für Kochen habe ich tatsächlich nur 10k ausgegeben, also es war relativ günstig. Dann auf meinem Main habe ich Schmied und Lederer, da habe ich zusammen 289.000 ausgegeben. Was das alles beinhaltet, werden wir gleich noch drauf eingehen. Natürlich auch beide auf 100. Dann Schneider und VZ habe ich zusammen 432k ausgegeben. Ich hätte es jetzt ganz gerne auch einzeln aufgeführt, aber da ich dann immer parallel für beide Berufe eingekauft habe, war es immer ein bisschen schwierig zum Abgrenzen tatsächlich. Dann auf meinem Inschriftenkunde-Char habe ich 195.000 ausgegeben. Auf dem Alchi 101.000, Inschi habe ich 400k ausgegeben. Juve 169.000, Bergbau-Kräuterkunde 60k. Achso, das habe ich jetzt vorher fertig gefahren, das habe ich jetzt auch auf 100. Kräuterkunde war übrigens der letzte Beruf, den ich auf Max gemacht habe. Da muss ich nur ein bisschen extra farben. Und Kirschner habe ich 25k ausgegeben. Wer sich jetzt fragt, warum hast du Gold für Kirschner und Bergbau und sowas ausgegeben? Ich habe mit jedem Beruf mir direkt diese Verzauberungs- oder hier diese algarischen Zauberkunst-Abhandlungen oder bei Schneider heißt es eine Schneiderei-Abhandlungen gecraftet. Und zwar immer 20.000 bis 25.000 pro Beruf. Die kosten so, Matt kosten so ein bisschen über 1000 Gold, würde ich mal sagen. Also ist man halt bei einem Beruf schon mal bei 20.000 bis 30.000 Gold quasi dabei. Deswegen ist auch bei selbst den Gathering-Berufen ein gewisser Wert angesetzt. Zusätzlich habe ich mit allen diese Berufswerkzeuge gekauft, dass ich dann nochmal ein paar extra Skill-Punkte habe. Also mit allen Berufen. Da geht auch nochmal ein bisschen was drauf. Also ihr könnt eigentlich rechnen pro Beruf so 30 bis 40k alleine schon mal nur für das Zeug. Also das ist dann beim Skillen gar nicht unbedingt dann mit drin. Und Inji war es zum Beispiel relativ teuer, weil ich mir auch schon direkt alle Toys hergestellt habe. Also die ich dann selber verwendet habe. Da hat dann manches Toy 20.000, 30.000, 40.000 gekostet. Also solche Sachen kommen natürlich auch noch hinzu. Und ich habe nicht nur den Beruf an sich geskillt, sondern ich habe probiert, wo es halt geht, auch alle Erstherstellungen einmal herzustellen. Zum Beispiel hier wäre jetzt noch dieser Angelfaden, den wollte ich mit demnächst noch machen. Aber sonst habe ich diese ganzen Erstherstellungen auch benutzt. Zum Beispiel habe ich mir auch, um das hier fertig zu skillen, selber mit dem Hexer Gier hergestellt. Also das ist irgendein Schade. Interessiert mich das Gier jetzt eigentlich überhaupt nicht, was der hat. Aber dass ich erstmal die Erstherstellung habe, noch ein paar mehr Skill-Punkte. Und gut, T-Mock habe ich da auch noch bekommen. Also solche Werte sind quasi auch mit inbehalten. Was ich jetzt noch nicht hergestellt habe, das kann ich euch mal kurz zeigen. Es gibt einen Inji-Mount. Und das ist relativ teuer. Das ist da natürlich jetzt nicht drin. Ich glaube, das kostet so um 2-3 Millionen Gold. Sind wir da umdrehen. Also das ist tatsächlich nicht inbehalten. Was ein bisschen schade ist, was ich erst zu spät gecheckt habe. Einiges von den Materialien, was ich hergestellt habe, kann ich ja wiederum im Auktionshaus verkaufen. Und dementsprechend bei den insgesamt jetzt 1,6, 1.671.000 sind da nicht quasi die Sachen wieder rausgeräumt, die ich verkauft habe. Also einen großen Teil von dem Gold konnte ich auch wieder zurückholen. Leider ist es natürlich so, dass viele Rang 2 Sachen dementsprechend so gut wie gar nichts wert sind. Und man da nicht viel rauskriegt. Bei manchen anderen kriegt man tatsächlich schon ein bisschen was raus. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich mit dem Inji-Mount meine. Jetzt gehen wir hier auch mal auf Ersterstellungsbonus-Geschichten. Da gibt es dann zum Beispiel einmal hier einen Mount. Da kannst du rechnen. Ja, ihr seht schon 1.920.000. Also 2 Millionen zum Grund herstellen. Und ja, theoretisch könnte man sogar Gewinn mitmachen, sehe ich gerade. Hm. Hm. Für wie viel ist denn das in Maha drin? Das ist halt ein Gigamblob, das dann jemand kauft. Eins ist im Auktionshaus drin. Interessant. Ja. Also das könnte man sogar vielleicht flippen. Selber brauche ich es natürlich auch noch. Also eventuell wird das in eine der nächsten Folgen dann reinkommen. Das muss ich mir noch gucken. Als erstes wollte ich tatsächlich aber jetzt noch mal die ganzen Rezepte angehen. Die T-Mocks. Das wird jetzt so in den nächsten Folgen kommen. Und eine Sache will ich euch jetzt auch noch zeigen. Für die, die sich jetzt fragen, okay, Berufe am Anfang hochzuziehen, da jetzt für manche Berufe halt 100, 2, 3, 400 K reinzulatzen, rentiert sich das auch, um Gold zu machen? Ich würde sagen, jein. Also ich habe das jetzt primär gemacht, um einfach die Berufe fertig zu haben. Und vor allem, ich habe es jetzt frühzeitig angegangen, es gibt ja auch dieses Berufswissen. Und du musst auf 25 kommen mit den Berufen, um dementsprechend das Wissen, also alle wöchentlichen Quellen zu holen. Dann gibt es aber ja blöderweise auch noch Quellen von diesen Kundenaufträgen. Und umso mehr Rezepte du hast, umso mehr von diesen Dingern kannst du holen. Dann brauchst du halt eigentlich mehr Rezepte. Für mehr Rezepte brauchst du mehr Skill. Und dann geht eins zum anderen. Deswegen dachte ich mir, komm, ich möchte möglichst schnell diese ganzen Berufswissensgeschichten holen und die Berufe ausskillen. Und dementsprechend habe ich mir jetzt dazu entschieden, die gleich am Anfang hochzuziehen. Bei manchen Berufen kann man tatsächlich sogar auch Gold rausholen. Und das will ich euch jetzt mal schnell zeigen noch, bevor wir jetzt hier einen Cut machen, dass ihr vielleicht auch noch einen kleinen Mehrwert raus habt. Einige Berufe sind quasi so gelagert, dass ihr hier ein Rezept habt. Und mit Rang 2 Mats könnt ihr das einmal craften. Hier braucht ihr zum Beispiel 2700 Gold, um das zu craften auf Rang 2. Und bei den anderen sieht es hier genauso aus. Wenn ich aber jetzt hier quasi meine Ressource benutze, wie heißt die nochmal? Konzentration. Die lädt sich automatisch auf bis zu 1000. Und die kann ich dann hier benutzen. Das braucht zum Beispiel jetzt 300 irgendwas Konzentration. Also das ist einfach eine Sache, wo ich warten muss, bis sich die auflädt. Die kann ich benutzen. Und dann kann ich das Ding auf Rang 3 herstellen. Und die kosten mich jetzt alle zum Beispiel 2700 irgendwas zum Craften. Und wenn ich die Konzentration nutze für Rang 3, dann kann ich die Sachen hier für 11 oder 12k verkaufen. Also mache ich ja fast 10.000 pro Ding plus. Klar, es dauert immer ein bisschen, bis die Konzentration sich auflädt. Aber damit kann man halt stetig passiv quasi Gewinne mitnehmen. Wie lange das jetzt noch der Fall sein wird, dass die Preise so hoch bleiben und wie das dann in Zukunft ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es kann sich schon auch lohnen, die Berufe hochzuziehen und dann damit auch ein bisschen Gold so über die Expansion mitzunehmen. Wo ich jetzt persönlich ein bisschen Gold mitgenommen habe, ist einmal über Verzauberkunst. Da mache ich passiv ein bisschen was. Gleiches Prinzip ist beim Juwe mit Juwelen. Rang 2 Mats kaufen und dann quasi mit der Konzentration die Juwelen auf Rang 3 herstellen. Das ist ähnlich. Bei Inschriftenkunde ist es mit Verträgen und so Schreiben so. Und bei den anderen Berufen, da fällt eigentlich nicht viel ab. Alchi sind es noch, tatsächlich Flas, da ist es auch gut. Also Flas beim Alchi funktioniert auch. Mit Inji eher schlecht. Schneider, da gibt es so komische Stoffe. Aber die sind irgendwie voll im Miesebereich. Also das Rind zieht sich überhaupt nicht. Selbst... Wo war es denn hier? Ich glaube die Stoffe sind es. Na gut, da habe ich jetzt die Dinge nicht. Wobei, die sind auch im Plusbereich jetzt. Aber nur geringfügig. Ja. Und mit den anderen Craft-Berufen, da geht es halt darum, dass du halt eher im Handelschannel postest. Mit Schmied und Lederer zum Beispiel habe ich immer gepostet. Leute gesucht, die sich was craften lassen wollen. Aber das ist halt eine elendige Sache. Ich sage es euch. Wenn ihr da ewig rumsteht und postet... Ich habe da persönlich jetzt nicht so viel Bock drauf. Weil man steht halt nur im Handelschannel rum. Oder in der Hauptstadt, um im Handelschannel zu posten. Ja. Ich habe lieber solche Cooldown-Sachen. Da logge ich alle ein, zwei Tage ein. Crafte die paar Dinger. Mach dann vielleicht 10, 20k mit den Sachen. Und log weiter. Also das finde ich angenehmer. Genau. Und vielleicht kann ich über die Expansion dann wieder ein bisschen das Gold rausholen. Das wollte ich euch bloß jetzt noch so am Rande mitgeben. Gut. Das ist jetzt der kleine Exkurs. Um vielleicht nochmal aufs Thema wirklich zurückzukommen. Im Ende hat mich das Ganze jetzt 1,671 Millionen gekostet. Also ein bisschen über 1,5. Alle Berufe hochgezogen. Und bestimmt ein Drittel bis die Hälfte habe ich durch die Sachen, wo ich geskillt habe, bestimmt eh wieder reingeholt. Also vielleicht war es dann eine Million, die ich wirklich als Kosten hatte. Der Rest waren dann wieder Abverkäufe von Sachen, die ich eh hergestellt habe. Und ich hoffe mal, dass sich so langsam über die Expansion, dass sich das amortisiert, über die Konzentrationsprocs. Juti. Damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wo ihr vielleicht schon was mit Berufen gemacht habt. Hat sich das bei euch rentiert? Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.